Hey ihr Lieben, ich habe mir gedacht ich zeige euch mal wieder ein bisschen die Hunde. Gestern hatten sie Geburtstag, sie sind jetzt ein Jahr alt. Ein Jahrchen alt. Wie alt bist sie jetzt? Hey Ramses, komm mal ins Bild, komm mal her, komm her mein Boy, komm. Hey Boy, hey Boy, komm mal mal hopp, hopp, komm mal hopp. Nicht du. Ja wir haben gerade ein bisschen gespielt, bin total dreckig, sorry aber gut. Hey, komm mal her. Was am I sitting here? Hm? Hey Ramses, seit wann gehst du freiwillig ins Haus? He 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 he. Hey Jati. Wir haben es, Leute wir haben es, letztes Jahr hatten wir im Februar, war noch so kalt, so extrem kalt. Und jetzt, man kann sich sonnen. Es ist wirklich so warm, es ist windig noch, aber es ist wirklich so warm, du kannst dich hinlegen und dich schon sonnen. Letztes Jahr im Februar war es total kalt, richtig brutal kalt, es ist unglaublich. Also, ähm, keine Ahnung, äh, der Wärmung und so ne. Hey Bubi, hey Bubi. Hey Bubi, 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 Bubi. Dieser Sommer, diesen Sommer wird es bestimmt richtig brutal heiß. Also der letzte Sommer war ja schon extrem, also jetzt, letztes Jahr war es so extrem heiß, habe ich schon mal im Video gesagt, da konnte ich mich hier nicht mal sonnen. So heiß war das. Bin mal gespannt, wie es diesen Sommer wird. Aber das ist für mich mal normal. Hey Titi. Wie ist es, Titi? Hm? Hey Bubi. Wir gehen gleich, wir laufen, wir laufen gleich raus, hör auf. Komm mal her. Komm mal her, mein Bubi. Ramses, komm mal her. Kannst du frisches Gras draußen irgendwo ein bisschen fressen. Komm. Wir laufen gleich. Ich mache es nachher nochmal im Video. Lauf mal ein bisschen mit denen, gehe ich mit denen an, an diesen kleinen, ja wie soll man dazu sagen. Komm. So ein Sumpfland, was weiß ich, was das ist. Keine Ahnung. Geh mal her, lass mir die spielen und laufen. Hm? Geh mal, Schatz. Hm? Komm, zeig mal, wie hübsch du bist. Komm, zeig mal. Zeig mal, wie hübsch du bist. Bist du auch wohl ganz heute oder was? Guck mal, zeig mal. Zeig mal, wie hübsch du bist. Hm? Hey. Hm? Ja, die Kondisse auch ziemlich gut verheilt. Man sieht schon fast gar nichts mehr. Schon fast alles rübergewachsen. Alles gut. Hey boy. Hi. Sure. Ja. 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 Und den? Ja. 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 Na, ja. was hast du hier gemacht was hast du da oh man die spielen ein bisschen die spielen ein bisschen zu zu hart das sehe ich ja jetzt erst kann die spielen ein bisschen zu brutal die zwei manchmal haben wir es kommen wir haben es ist kommen wenn das mit deiner schwester gemacht was hat die denn da guck mal was hat die da was hast du mit deiner schwester gemacht ja du hast du schnupfen hast du schnupfen das hast du mit deiner schwester gemacht was hast du gemacht ja genau du ja du was hast du gemacht was hast du gemacht so ein schönes feld ist